Ja, um nochmal kurz die Nachhaltigkeit zu bestätigen. Wir haben also, ich habe also momentan 144.000. Habe also jetzt einen Gewinn von knapp 100.000. Und nehme gerade den Bonus mit. Ja, habe also weiterhin jetzt bislang, spiele also mit einem. Habe nach wie vor, bei 32.768 ist der Knockout, 15 Versuche. Müsste also hintereinander dann die kleinere Zahl kommen als 5.000. Und ja, das läuft fantastisch. Es wird sicherlich mal ein Aussetzer dabei sein. Wenn, ich sage mal, irgendwo bei 3, 4 oder 250 oder 300.000 so ein Aussetzer kommt, ist es halb so schlimm. Dann kann man damit leben. Im Moment jedenfalls läuft alles wie geplant. Hier der höchste Verlust, 8.292, bedeutet 13 mal die kleinere Zahl hintereinander gefallen. Ja, der Bitcoin aktuell bei, Moment, ja, wie gerade gesehen, 13.354 steigt also wieder. Gut, das nur kurz als Beweis dafür, dass die ganze Sache bislang auch wirklich funktioniert.